Kaffee Musik 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 Ich freue mich, dass wir heute erstmals gemeinsam in dieser Konstellation mit dir, lieber Donald Tusk, im Weimarer Dreieck zusammenkommen. Frankreich, Deutschland, Polen, das Weimarer Dreieck im Herzen Europas ist ein ganz wichtiges Zeichen unserer Geschlossenheit. Und Geschlossenheit ist so wichtig. Unsere drei Staaten gehören zu den größten Unterstützern der Ukraine im Kampf gegen den imperialistischen Aggressor Russland. Politisch, militärisch und finanziell. Wir stehen eng und unverbrüchlich an der Seite der Ukraine. Das haben wir von Anfang an klar gemacht und das gilt, for as long as it takes. Klar ist, wir unterstützen die Ukraine. Klar ist auch, wir sind nicht im Krieg mit Russland. Unser gemeinsames Ziel ist und bleibt es sicherzustellen, dass die Ukraine sich gegen die russische Aggression wirksam verteidigen kann. Dafür engagieren sich Deutschland, Frankreich und Polen gemeinsam mit vielen Verbündeten und Partnern in Europa und jenseits des Atlantiks. Und wir werden in unserem Engagement nicht nachlassen. Heute hier in Berlin haben wir darüber gesprochen, wie wir die Ukraine ganz konkret noch stärker unterstützen können. Unsere Überlegungen fußen auf den Ergebnissen der Konferenz von Paris. Hierfür noch einmal herzlichen Dank, lieber Emanuel. Wir haben uns heute auf einige Schwerpunkte verständigt. Unter anderem werden wir ab sofort noch mehr Waffen für die Ukraine beschaffen, und zwar auf dem gesamten Weltmarkt. Das ist eine gute Verbesserung. Zweitens werden die Produktion von Militärgeräten ausgebaut, auch durch Zusammenarbeit mit Partnern in der Ukraine. Und drittens gründen wir im Rahmen des Rammstein-Formats eine neue Fähigkeitskoalition für weitreichende Raketenartillerie. Und viertens werden wir auch im Rahmen der Europäischen Union unsere Unterstützung verstärken. Dafür haben wir in dieser Woche in Brüssel sehr wichtige Beschlüsse gefasst. Die Europäische Friedensfazilität erhält 5 Milliarden Euro, um weitere militärische Unterstützung für die Ukraine in diesem Jahr zu leisten. Und die EU-Ausbildungsmission wird gestärkt. Und wir werden Windfall-Profits aus russischen Vermögenswerten, die in Europa eingefroren sind, nutzen, um den Kauf von Waffen für die Ukraine finanziell zu unterstützen. Am Montag werden die Verteidigungsminister in Rammstein zusammenkommen, um die konkrete Umsetzung zu besprechen. Und wir drei werden uns nächste Woche auch schon wiedersehen, um beim Europäischen Rat diese Fragen mit unseren europäischen Partnern anzugehen. Sie sehen, wir alle drei meinen es ernst mit unserer Unterstützung der Ukraine. Sie sehen auch, Solidarität und gemeinsames Handeln sind unverzichtbar, um Frieden und Freiheit in Europa zu verteidigen. Mehr denn je gilt, unsere Einheit ist unsere Stärke. Und gerade unsere drei Staaten, Deutschland, Polen und Frankreich, wächst dabei eine besondere Verantwortung zu. Gestern hatte ich ausführlich mit Präsident Zelensky telefoniert, mit ihm die militärische Lage erörtert und darüber gesprochen, welche Unterstützung jetzt besonders nötig ist. Er weiß, dass er sich auf uns verlassen kann. Dieses Signal der Unterstützung für Kiew erneuen wir heute von dieser Stelle aus. Ein glasklares Signal geht aber auch in Richtung Moskau. Der russische Präsident soll wissen, wir werden in unserer Unterstützung der Ukraine nicht nachlassen. Wir stehen unverbrüchlich und geeint an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer. Schönen Dank. Merci beaucoup, Monsieur le Chancel. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, vielen Dank. Herr Premierminister, lieber Donald, meine Damen und Herren. Vielen Dank, lieber Olaf, dass du uns eingeladen hast. Und dass du so schnell, also wir hatten das schon am Sonntag besprochen, dass du uns dazu eingeladen hast. Im Rahmen des Weimarer Dreiecks. Das ist ja das erste Mal, dass wir das mit Donald machen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Wie der Kanzler das gesagt hat, teilen wir alle drei einen Willen. Wir möchten, und da sind wir willig und kohärent, wir sind willig, etwas zu machen. Wir haben schon Entscheidungen getroffen, heute. Und wir haben ja schon Maßnahmen eingedüntgt, aber wir werden alles machen, solange wie das notwendig ist, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann. Wir werden weiterhin die Ukraine unterstützen und dies so lange wie möglich, die Ukraine und das ukrainische Volk. Und wir werden nie eine Initiative zur Eskalation nehmen. Aber wir haben da einen sehr starken Willen geäußert. Das zeigt auch, dass wir einig bleiben müssen. Und darum haben wir mehrere Initiativen beschlossen. Und wir haben auch konkrete Maßnahmen im Rahmen des Weimarer Dreiecks heute getroffen. Und auch in der Folge des Gipfels in Paris am 26. Februar. Unsere Sicherheit, unsere Zukunft sind auf dem Spiel in der Ukraine. Wir sind natürlich solidarisch, weil die territorielle Souveränität von der Ukraine angegriffen wurde. Und dies tun wir für die Ukraine, aber auch, weil unsere Sicherheit in der Ukraine auf dem Spiel ist. Und wir sind da willig, wie schon gesagt, und wir möchten da den Aggressionskrieg Russlands bekämpfen. Wir haben schon mehrere Initiativen erarbeitet. Also die letzte Initiative, das war am 26. Februar. Und wir werden Munition kaufen in Ländern, in den Bereichen, wo wir nicht selber genügend Munition haben. Unsere tschechischen Freunde haben da eine Initiative ergriffen. Und wir werden diese Initiative unterstützen. Also Zybersicherheit, Minenräumung, Grenzkontrolle, Grenzschutz. Da haben wir auch mehrere Maßnahmen getroffen. Und ich möchte mich bei Donald bedanken. Und wir haben auch eine gemeinsame Diskussion gehabt. Und da haben wir konvergente Meinungen zur Unterstützung von Moldau. Das hatten wir auch am 26. Februar gesagt. Und ich möchte mich auch bei dem Kanzler bedanken, der da eine besondere Verantwortung hat. Und ich denke insbesondere an die Produktion von Munition auf ukrainischem Gebiet. Und jetzt werden wir das konkret machen. Wir werden mit den Industriellen in Europa und in der Ukraine zusammenarbeiten, um eine praktische Anwalt zu legen. Und dann haben wir auch beschlossen, eine Fähigkeitskoalition zu schaffen, die sich mit weitreichender Raketenartillerie befasst. Sie ist hier offen für alle. Und nächste Woche werden unsere Verteidigungsminister gemeinsam tagen. Und sie werden die Anwendung dieser Maßnahmen konkret beschließen. Ich möchte mich bei allen Staats- und Regierungschefs bedanken, die da mitmachen. Also die Niederlande, Essländer, Litauen, Rumänien, Norwegen und so weiter. Und parallel dazu, wie der Kanzler gerade sagte, wollten wir weiterhin Fortschritte machen bei der Verstärkung unserer Verteidigung und der Hilfe. Und wir sind sehr froh, dass wir uns über die europäische Friedensfazilität geeinigt haben. Dies wird eine europäische Produktion fördern. Aber wenn das nicht schnell oder stark genug geht, werden wir in der Lage sein, Finanzierung zu mobilisieren, um Munition und Rüstungsgitter in Nachbarländern zu beschaffen, um die Ukraine zu unterstützen. Also Herr Donald, das und Herr Kanzler, wir werden uns auch über eine nachhaltige Finanzierung der Hilfe für die Ukraine einigen. Dann auch unsere Verteidigungsstrategie. Natürlich werden wir sie weiterführen und da haben wir beschlossen, unsere Stellung im Rahmen des nächsten Europäischen Rats zu verteidigen. Diese europäische Verteidigungsstrategie ist natürlich mit Investitionen verbunden. Und wir werden versuchen, unsere strategischen Abhängigkeiten zu reduzieren und gemeinsam unsere Sicherheits- und Verteidigungsstrategie zu stärken. Das Treffen von heute ist für uns eine Gelegenheit, unsere Einigkeit zu stärken. Wir möchten auch zeigen, dass wir alle drei im Rahmen des Weimarer Dreiecks einverstanden sind. Wir haben eine gleiche Bewertung der Lage in der Ukraine. Die Lage ist schlimm, das ist eine neue Epoche, aber wir werden dabei sein. Wir stehen jetzt alle drei vor Ihnen. Wir sind, wie schon gesagt, billig. Wir sind entschieden. Und wir werden alles tun, damit Russland den Krieg nicht gewinnt. Und wir werden weiterhin die Ukraine und das Volk von der Ukraine unterstützen. Vielen Dank für Ihre Einladung, Herr Kanzler. Und vielen Dank an den Premierminister, der in den nächsten Monaten bestimmt uns in Polen empfangen wird. Das ist für uns eine große Chance. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, lieber Emanuel. Herr Kanzler, wir haben ein sehr gutes Gespräch gehabt. Manchmal passiert es in der Diplomatie und in der Politik, dass man sehr schnell auf gute Ideen kommt, wenn man den guten Willen hat. Wenn das der Fall ist, dann kann man auch sofort zu handeln beginnen. Und das ist auch jetzt der Fall gewesen, als der Gipfel hier in Berlin organisiert worden ist. Für mich persönlich ist es sehr wichtig, in dieser schwierigen Zeit, dass das Weimarer Dreieck wieder zu einem Format wird, das eigentlich das gute Tempo den guten Angelegenheiten in Europa gewähren kann. Was wir heute alles beschlossen haben, die Atmosphäre während des Treffens heute, das alles zeigt ganz deutlich, dass diese bösen Gerüchte, dass es irgendwelche Streitigkeiten oder Meinungsunterschiede geben sollte zwischen den Hauptstädten in Europa, dass diese Gerüchte nicht stimmen. Heute haben wir wirklich mit einer Stimme gesprochen, vor allem über die Sicherheit unseres Kontinents, unserer Länder. Und all das natürlich im Kontext des Kriegs in der Ukraine. Und wir sind wirklich einer Meinung, was die Bewertung dessen anbetrifft, wer die Verantwortung für die Eskalation trägt, für die Situation in der Ukraine, wer der Aggressor ist und wer es verdient, von uns unterstützt zu werden. Ich möchte mich bedanken bei Herrn Bundeskanzler dafür, dass er nicht gezögert hat. Also manchmal passiert es in der Politik, dass man lange verhandelt, dass man zögert. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Wir haben sofort gesagt, dass man die Ukraine sofort und möglichst intensiv unterstützen muss. Wir wollen unser Geld ausgeben und wir wollen überall helfen, wo das nötig ist. Also genau jetzt und genau hier, damit die Situation der Ukraine in den kommenden Wochen, in den kommenden Monaten besser und nicht schlechter wird. Wir haben auch über die transatlantischen Beziehungen gesprochen. Ich habe unter anderem meinen Kollegen gesagt, was in Washington jetzt gerade passiert ist. Als ich da zu Besuch war, und da sind wir auch einer Meinung, Europa und wir als Weimarer Dreieck, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst für die Zukunft der transatlantischen Beziehungen. Und wir sind dessen auch bewusst, dass wir, die Europäer, die Verantwortung für unsere eigene Sicherheit und Zukunft tragen. Und das kann auch niemand ändern. Wir sind also auch davon überzeugt, was auch immer politisch passieren sollte. Je stärker Europa sein wird, desto größer wird auch die Chance für die Ukraine sein, den Krieg zu gewinnen. Und desto besser werden auch die Beziehungen, die transatlantischen Beziehungen sein heute und in der Zukunft. Ein starkes Verein des Europa, das ist wirklich der beste Partner für alle in der Welt. Und das gilt natürlich auch für die USA. Die Republik Moldau, wir werden da auch aufpassen, wir werden uns um die Republik Moldau kümmern. Und es ist mir auch eine Herzensangelegenheit, dass wir auch dieses Land unterstützen. Und ich freue mich sehr, dass das auch eine gemeinsame Priorität für uns sein wird, auch die Republik Moldau zu unterstützen in dieser Zeit, die auch für die Republik Moldau schwierig ist. Wir haben wirklich viele Themen besprochen, auch den Handel. Mit der Ukraine haben wir besprochen, das ist jetzt ein Problem in Polen. Das werden Sie wohl wissen. Vielen Dank dafür, dass Sie meine Argumentation verstanden haben und dass Sie auch bereit sind, hier den polnischen Startpunkt zu unterstützen, wenn wir die Gespräche in Brüssel dazu haben werden. Ich habe Emanuel und Olaf gesagt, dass die Zusammenarbeit mit der Kommission in dieser Frage auch gut läuft. Ich bin sehr zufrieden mit den ersten Ergebnissen, die bereits vorliegen. Aber vielen Dank vor allem für das Verständnis, was wirklich eine schwierige Angelegenheit ist. Aber mit Ihrer Unterstützung wird da sicher eine bessere Lösung gefunden aus der Sicht Polens, der Ukraine und Europas. Ich freue mich auch sehr, dass Sie meine Einladung angenommen haben. Also im Frühsommer treffen wir uns in Polen und dann haben wir auch eine Gelegenheit, das zusammenzufassen, was bis dato gemacht worden ist und neue Pläne zu schmieden. Also noch einmal vielen Dank. Das ist, glaube ich, eine gute Neueröffnung des Weimarer Dreiecks. Das wird wirklich ein tolles Format sein, von dem alle profitieren werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.